ja hallo freunde willkommen wieder bei ich am weg weiter geht's mit dem mistelbacher wanderprojekt heute bin ich hier in hörersdorf und ich bin schon sehr gespannt was heute der gelb-grüne pfad für mich zu bieten hat es wird einige sachen geben das wetter ist optimal und ich würde sagen wir reden gar nicht erst länger sondern gehen los oh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020